Okay, Freunde, da sehen wir wieder mit einer weiteren Folge von Minecraft Dice. Guten Tag. Hallo. Kevin, ich bring dir ein paar Steine jetzt direkt nach oben. Wir müssen jetzt Gas geben. Wir haben nur 14 Minuten und 40 Sekunden. Ich hab jetzt 8 Level, aber ich will jetzt ungefähr was essen. Simon, hast du noch Dingens? Was denn? Knochen. Ne, ich war eben, als wir aufgerührt haben, um zu aufnehmen. Ein Skelett. Was machst du da, Simon? Warte, warte, ich hol sie. Leute, 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 wisst ihr, was wir jetzt machen müssten? Wir müssen eigentlich unsere Basis jetzt in die Burg rein verlegen. Ja, das Ding ist, soll ich schon mal alles rüberbringen? Ja, was geht? Was geht auf jeden Fall? Auch Unmengen an... Was geht? Was geht? Deine Oma ist konkret. Haben wir denn sowieso vor? Wollen wir erstmal passiv oder... Ich würd sagen, wir müssen passiv sein. Wir müssen aufpassen, wir machen einfach zwei Außenposten sozusagen. Ja. Und dann, äh, würd ich sagen, machen wir das ein bisschen passiver. Damit wir in der Zeit vielleicht noch ein bisschen was farmen können. Mhm. Ich hab noch einen zweiten Turm hier gebaut zum Kleinen. Guck mal. Okay. Außenposten. Gut, oder? Ein Außenposten. Dann denken Leute, ah, da können wir auch mal reingehen. Ja. Ja, vielleicht haben wir da eine Lootkiste versteckt oder was? Ja, einfach irgendwas. Vielleicht denken die Leute auch, ah, das Große ist doch bestimmt nur ein Hinterhalt. Aha. Ey, wir müssten eigentlich ein paar Pressureplates einfach random auf den Boden setzen. Hast du noch eine Pickaxe in der Truhe drin gelassen? Ne, ich glaub nicht. Scheiße, ich hab nämlich grad keine Pickaxe. Warte, 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 ich komm, Bruder. Und den Wolfgang sieht man noch nicht, wenn der woanders ist. Man sieht den nicht leuchten oder sowas? Da ist kein Liegenstrahl oder sowas dran, ne? Ne, 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 ne. Also wenn wir den jetzt nicht in unsere Burg tun, ist das wirklich eine gute Idee. Ich weiß es nicht. Weil wenn die den sehen, dann haben wir ein Problem. Wen? Aber in der Burg, das ist halt so der Punkt, wo man als erstes hinläuft. Weil die auf jeden Fall vermuten, dass wir den in die Burg gebaut haben. Ja, aber wie viele Minuten bringt uns das? Ich hab den Wollblock aber schon gesetzt, ne? Achso, wo ist der denn? Wo denn? Ähm, wo bist du gerade? Ja, bei uns in der Burg. Äh, hier, warte, guck mal, ich bin hier oben. Guck mal in die Richtung. Da ist der hinten, in dem Berg. In dem Berg da drin? Ja, warte, warte, ich komm mal runter. Ich guck mir das mal an. Äh, Zander, hast du noch was Essen da drinne? Ja, im Ofen ist noch ein bisschen... Ne, doch oben. Oben ist noch ein bisschen Essen drinne, Leute. Ich bin so aufgeregt, ne? Ohne Scheiß. Kann den Cube nicht planten. Hä? War es nicht so, dass der Cube irgendwie offen bleiben musste oder sowas? Ne, 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 das nicht. Man darf sich umverstecken. Du kannst ihn nur nicht ganz unten platzieren. Das geht nicht. Aber du kannst ihn so unter so einer Höhle. Hä? Darf ich jetzt hier die Höhle zubauen, oder was? Warte, pass auf. Ich mach hier Wasser rein, Rebi. Das ist ein bisschen scheiße, aber dann verbrennt das Ding jetzt nicht. Aber ich vielleicht. Ne. Eins, wie viel brauchen wir? Ja, drei Stück brauchen wir, ne? Ne, doch mehr. Ne, äh, fahr einfach ruhig ein bisschen mehr. Wir haben ja noch 10 Minuten Zeit. Und einen Amboss, Leute. Wir müssen einen Amboss machen, ganz wichtig. Und einen Amboss kann ich hier... Aber warte mal. Haben wir genug Eisen, haben wir genug Eisen auf jeden Fall. Ne, hab ich nicht. Nicht? Ich kann zwei, ich kann zwei Eisenblöcke machen. Och nein. Und dann hab ich noch vier und dann hab ich noch vier, ja. Kevin, kannst du die ganzen Sachen machen? Ich baue die Burg weiter. Was für Sachen soll ich machen? Ähm, für... Kevin, ne, wir müssen noch einen, der Farben geht oder sowas haben, glaube ich, oder? Für Zauberung und so. Ja, aber Kevin ist am schnellsten mit dem Craften. Kevin, wie soll ich das Wasser platzieren? Ich würde das unten anbauen, drumherum machen. Hier. Nein, nein. Du kannst doch mit der Schere, kannst doch weiter abbauen, Simon. Gib mir mal den Eimer schnell. Und dann einfach da hinsetzen lassen. Ja, mach ich. Mach du das hier weiter, ich mach das Wasser dann. Ja, aber wir müssen auf jeden Fall, äh... Boah, scheiße, ey. Vielleicht jetzt noch ein paar Blätter dahin. Wo sitzt eigentlich der Cube? Ich weiß es immer noch nicht. Sitzt der jetzt wirklich in der Höhle drin? Ja, in der Höhle drin. Ach du heilige Scheiße, ey. Ob das klappt, ey? Müssen wir ausprobieren. Das Ding ist halt, ich hab jetzt richtig viel Obsidian. Wir könnten theoretisch hingehen und irgendwo noch einen Turm bauen und den dann halt irgendwie von innen mit Obsidian auskleiden, so als würde es aussehen, als wäre das quasi der Standort vom Cube. Irgendwas müssen wir auf jeden Fall mit dem Obsidian noch machen. Glaubt ihr, die anderen gehen direkt drauf? Ich weiß es nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass hier das Team mit, äh... mit GRG auf jeden Fall losgeht. Und weiß weiß kann ich mir eigentlich auch richtig gut vorstellen, ey. Sollen wir... Sollen wir jede... Sollen wir doch jede weitere Minute, die wir kriegen, nutzen dazu, weiterzubauen bei uns? Ja, auf jeden Fall. Ich würd sagen, ich... Pass auf, ich hab einen Bogen mir gecraftet und ich hab jetzt sieben Pfeile. Ähm... Wir müssen auf jeden Fall einen Verzauberungstisch bauen, Kevin. Echt? Das findet ja nichts mehr Zander, ne? Äh, ey... Glitter, wo bist du denn? In der Burg? Kevin produziert mega viel Wasser außenrum, das ist richtig gut. Damit können wir auf jeden Fall hart dürfen. Wir können uns ja auch alle gleich in das Ding in die Burg reinstellen, weißt du? Vor allen Dingen, wenn wir die richtig aufwendig zubauen. Wie komm ich am schnellsten rein? Wie komm ich am schnellsten rein? Einfach an der Seite ein Loch reinbuddeln und dann wieder zumachen. Okay. Kevin, hast du einen Verzauberungstisch gebaut? Ne, ne? Ne, wenn Simon jetzt da die Sachen bringt, dann kann ich das machen direkt. Ja, ich würde ja sofort kommen. Aber... Ich bin gerade... Oh, er hat noch schnell plötzlich ein Knochen-Ding geholt und jetzt komm ich nicht direkt rein, so, weißt du? Oh mein Gott, soll ich gegen den Endermann kämpfen? Gegen den Endermann. Gegen den Endermann. Schnell! Wir brauchen Öfen. Ich mach noch Essen für uns. Ich hab noch einen. Ich schlachte gleich die Schafe alle und so, ne? Komm schon, drück mir die Daumen. Ach ne, ich brauch zwei. Nein, zwei Endermänner getötet, ey und dann... Einen noch. Okay, wir fahren die ganzen Sugarcans ab. Und wie viel Eisen fehlen uns noch für den Amboss? Da ist der Zaubertisch. Ähm, ich hab jetzt zwei Blöcke und vier Eisen noch mal einzeln. Das heißt... Hier, brauchst du noch Eisen? Ja. Wie viel? In der Hütte sind noch vier Eisen. Ich hab auch noch mal vier Stück gefunden. Reicht das dann? Wofür denn? Wofür denn? Für den Amboss. Ach so, hm, das weiß ich nicht. Ich verzaube jetzt meine Rüstung und mein Schwert. Okay, ich töte jetzt alle Tiere, ja? Ja. Ich komme jetzt auch. Junge, 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 Junge. Habt ihr... Habt ihr... Habt ihr... Habt ihr... Habt ihr... Habt ihr die blauen Steine? Nein! Das Spiel wurde pausiert. Scheiße, die Runde ist vorbei. Fuck. Habt ihr die blauen Steine? Sander? Darüber ist das Clown dabei? Warte eben kurz, wir sind noch nicht zu Ende mit der Aufnahme. Also Leute, wir sind, ähm, am Ende der Folge angekommen. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Es hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Er sagt, es hat Spaß gemacht.